Im Namen des St. James Ethics Centers, des Wheeler Centers, des Melbourne Food and Wine Festival, der Zeitung The Age, der Stadt Melbourne und des Senders ABC, mit deren Unterstützung diese Veranstaltung heute stattfindet, begrüße ich nun Philip Worlen. Bei Shakespeare fragt König Lear den blinden Earl von Gloucester, wie er die Welt sehe. Der blinde Earl antwortet, ich sehe sie fühlend. Sollten wir das nicht alle so machen? Tiere müssen von der Speisekarte verschwinden, denn jetzt in diesem Moment schreien sie vor Angst in Schlachthöfen, Verschlägen und Käfigen, den schändlichen, unwürdigen Gulags der Verzweiflung. Ich habe meinen sterbenden Vater schreien hören, als der tödliche Krebs seinen Körper zerstörte. Und mir wurde bewusst, dass ich solche Schreie schon früher gehört hatte. Im Schlachthaus, inmitten von ausgestochenen Augen und zerschnittenen Sehnen. Auf den Viehtransportern in den Nahen Osten. Von der sterbenden Walmutter mit der explodierenden Harpune im Kopf, die nach ihrem Kind rief. Ihre Schreie waren die Schreie meines Vaters. Mir wurde klar, dass wir im Leiden alle gleich sind. Leiden kann ein Hund so wie ein Schwein, so wie ein Bär, so wie ein kleiner Junge. Fleisch ist der Asbest unserer Zeit. Es bringt mehr Menschen um als der Tabak. CO2, Methan und Bistickstoffoxid aus der Tiermast zerstören unsere Ozeane durch saure, sauerstoffarme Todeszonen. 90% der Kleinfische werden zu Tierfutter zermahlen. So sind die eigentlich vegetarischen Kühe heute die weltweit größten Meeresräuber. Die Ozeane liegen im Sterben. Bis zum Jahr 2048 werden alle Fischgründe ausgestorben sein, die Lungen und Arterien dieser Erde. Milliarden von fröhlichen kleinen Küken werden bei lebendigem Leib geschreddert, weil sie männlich sind. Insgesamt 100 Milliarden Menschen haben bislang auf dieser Erde gelebt. Momentan sind es sieben Milliarden. Und Woche für Woche foltern und töten wir zwei Milliarden fühlende Wesen. Zehntausend Arten verschwinden jedes Jahr aufgrund des Verhaltens einer einzigen Art. Wir stehen vor dem sechsten Massensterben in der Geschichte des Universums. Wenn irgendein anderer Organismus so etwas verursachen würde, würden ihn die Biologen als Virus klassifizieren. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit von unvorstellbarem Ausmaß. Aber zum Glück verändert sich die Welt. Vor zehn Jahren war Twitter Vogelgezwitscher auf Englisch. WWW bedeutete eine verklemmte Taste, Cloud war eine Wolke am Himmel und 4G eine Stellplatznummer im Parkhaus. Google war das Geräusch von Babys Bäuerchen, Skype ein Tippfehler und Al-Qaida hieß mein Klempner. Victor Hugo sagte einmal, nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Tierrechte sind das drängendste Problem im Bereich sozialer Ungerechtigkeit seit Abschaffung der Sklaverei. Wussten Sie, dass es weltweit mehr als 600 Millionen Vegetarier gibt? Das ist mehr als die Einwohnerzahlen von USA, England, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Kanada, Australien und Neuseeland zusammengenommen. Wenn wir eine Nation wären, hätten wir mehr Einwohner als die 27 Mitgliedstaaten der EU zusammen. Können Sie sich das vorstellen? Und trotz dieses massiven Aufgebots kommen wir immer noch nicht an gegen die lautstarken Jagdschieß- und Todeskartelle, die glauben, Gewalt sei die Antwort, wo sie doch nicht einmal eine Frage sein dürfte. Fleisch tötet. Die Tiere, uns und unsere Wirtschaft. Das staatliche Gesundheitssystem Medicare hat die USA in den Bankrott getrieben. Acht Billionen US-Dollar in Staatsanleihen sind allein für die Zinsen nötig. Vorhanden sind genau null. Sie könnten alle Schulen zumachen, die Armee, die Navy, die Luftwaffe, den Heimatschutz, die Marine, das FBI und die CIA. Und sie hätten immer noch nicht genug Geld für die Arztrechnungen. Wissenschaftler von Cornell und Harvard sagen, dass der optimale Fleischanteil an einer gesunden Ernährung bei genau null liegt. Wasser ist das neue Öl. Schon bald werden Kriege darum geführt werden. Unterirdische Grundwasserleiter, die sich über Millionen Jahre hinweg aufgefüllt haben, trocknen aus. Man braucht 50.000 Liter kostbares Trinkwasser für die Herstellung von einem Kilo Rindfleisch. Eine Milliarde Menschen hungert. 20 Millionen Menschen werden an Unterernährung sterben. Schon bei 10 Prozent weniger Fleischkonsum können 100 Millionen Menschen mehr ernährt werden. Das Ende des Fleischverzehrs wird den Hungertod für immer besiegen. Wenn jeder dem westlichen Ernährungsstil folgen wollte, bräuchten wir eine zweite Erde. Aber wir haben nur eine. Und sie liegt im Sterben. Die Tiermast verursacht 50 Prozent mehr Treibhausgasemissionen als der gesamte Transport und Verkehr. Also alle Autos, Züge, Busse, Schiffe und LKW zusammen. Rund um den Globus verkaufen arme Länder ihr Getreide an den Westen, während ihre eigenen Kinder in ihren Armen verhungern. Und der Westen verfüttert es in der Tiermast, nur damit wir ein Steak essen können. Bin ich der Einzige, dem das als Verbrechen erscheint? Jedes Stückchen Fleisch ist ein Schlag in das verweinte Gesicht eines hungernden Kindes. Wenn ich ihn mir in die Augen sehe, kann ich dann schweigen? Die Erde kann genug Nahrung hervorbringen, um den Bedarf aller Menschen zu befriedigen, nicht aber ihre Gier. Wir stehen vor einem absoluten Desaster. Wenn eine Nation Waffen mit einem solchen Zerstörungspotenzial entwickeln würde, wir würden sie mit einem Präventivschlag zurück in die Bronzezeit bombardieren. Doch wir haben es nicht mit einem Schurkenstaat zu tun, sondern mit einem Industriezweig. Die gute Nachricht ist, dass wir ihn nicht bombardieren müssen. Wir können einfach aufhören, seine Produkte zu kaufen. George Bush hat sich geirrt. Die Achse des Bösen verläuft nicht durch den Irak, Iran oder Nordkorea, sondern quer über unsere Esstische. Die Massenvernichtungswaffen sind unsere Messer und Gabeln. Unser Vorschlag ist eine Art Schweizer Taschenmesser der Zukunft. Denn er löst die Probleme für unsere Welt, die Wasserversorgung und unsere Gesundheit und macht endgültig Schluss mit der Grausamkeit. Die Steinzeit endete nicht, weil uns die Steine ausgingen. Diese grausame, widerliche Industrie wird an ihr Ende kommen, weil uns die Ausreden ausgehen. Fleisch ist wie die 1- und 2-Cent-Münzen. Ihre Herstellung kostet mehr, als sie wert sind. Ich komme selbst vom Land. Die Landwirte sind diejenigen, die am stärksten profitieren. Die Landwirtschaft wird nicht aufhören zu existieren. Sie wird boomen. Nur die Produkte würden sich ändern. Die Landwirte könnten so viel Geld verdienen, sie würden sich nicht einmal die Mühe machen, es zu zählen. Und ich werde der Erste sein, der ihnen applaudiert. Die Regierungen werden uns lieben. Neue Industriezweige würden sich entwickeln. Krankenkassenbeiträge sinken. Wartelisten in Krankenhäusern verschwinden. Nein, echt. Wir wären so gesund, wir müssten jemanden erschießen, wenn wir einen Friedhof anlegen wollten. Ich möchte die gegnerische Seite mit zwei Fragen konfrontieren. Erstens, Fleisch verursacht eine Vielzahl unterschiedlicher Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Können Sie eine Krankheit nennen, die durch vegetarische Ernährung verursacht wird? Zweitens, ich finanziere die Earthlings-Trilogie. Wenn die gegnerische Seite sich ihrer Sache so sicher ist, warum schicken Sie nicht jedem Ihrer Kollegen und Kunden eine Earthlings-DVD? Na los, trauen Sie sich! Tiere sind nicht nur eine andere Spezies, sie sind andere Nationen und wir ermorden sie auf eigene Gefahr. Der Friedensplan wird auf der Speisekarte entworfen. Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern das Vorhandensein von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit muss blind sein für Rasse, Hautfarbe, Religion oder Spezies. Wenn sie nicht blind ist, wird sie zu einer Waffe des Terrors. Und jetzt, in diesem Moment, herrscht ein unvorstellbarer Terror in den entsetzlichen Guantanamos, die wir Massenställe und Schlachthöfe nennen. Wenn Schlachthöfe Glaswände hätten, würden wir diese Debatte heute Abend nicht führen. Ich glaube, dass eine andere Welt möglich ist. Nachts, wenn es still ist, kann ich ihren Atem hören. Lasst uns die Tiere von den Speisekarten streichen und aus diesen Folterkammern holen. Bitte stimmen Sie heute Abend für die, die keine Stimme haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.